So, der herzliche Sonne und den LOL. Genau, Sanseboy, so sieht's aus. Ja, da gibt's doch kein Mutti, Daniel. Tut mir leid. Danke, doch kein Mutti. Lutschen, bis es weißig kommt. Kinderschokolade. Nein, Daniel. Ich bin nicht der Zwölfte. Ich bin nicht der Zwölfte. Boah, ich kann schon kurz, wie ich es hier schreckt sehe. Ich kann schon kurz, da muss ich schon überbrechen. Ey, wir killen den jetzt, oder? Wir killen den, der hat seine Hilfe braucht. Ah, scheiße, fast. Boah, weg, fast. Ich lutsche gar nichts. Ich lass mir einen lutschen, ja? Ich zocke Lull. League of Legends. Alter, ist der dumm. Erstes Blut. Ja, erstes Blut, wenn wir gehen, der Kill. Wollen wir mal auf nicht. Warum will sie mich der jetzt an? Warum will sie mich der jetzt an? Oh, Mann. Ich habe keinen Genangriff, gar nichts. Warum will sie mich der an? Krieg ich nicht. Ja, ich freue mich hier auch. So, mit Level 6 hochfarmen, habe ich meinen Tribalz holen, meinen Beeren. Ich trage schon langen Brille. Kennt mich einfach nicht. Ich kann nichts erzählen, weil ich da am Zocken bin. Ich bin ein Mann. Ich kann nicht zwei den Gleiternik machen. Das ist nicht... Das kann ich nicht. Weil ich streame, weil ich es kann. Was klappt, ist die Maus. Meine Maus, was da klappt. Ja, ich kann machen, was ich will. Ja. Ich kann machen, was ich will. Zocken ist mein Hobby. Und ich liebe mein Hobby. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Verbündeter wurde getötet. Mann, ich habe keinen Mann. Das ist doch scheiße. Das gilt, um mir dieses Komische zu kaufen, dass es Mana gibt. Das fehlt mir noch. Wir müssen leider gehen, jetzt hier. Euer Turm wurde zerstört. Ja klar, wir haben ja das Turm schon zerstört. Ist klar. Natürlich. Ist klar. Hingerichtet. Ich musste noch zur Musterung, ja? Ich musste da noch hin. Aber leider habe ich aufgeregt worden. Ich habe mich ja ziemlich behindert angestellt. Wenn ich mich behindert gegeben habe, habe ich mich nicht genommen. Ja. Ein Verbündeter wurde getötet. Ich musste da noch hin. Ich muss da noch hin. Ich muss da noch hin. Ein Verbündeter wurde getötet. Ich hätte schon vergessen. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Komm! Jawoll! Ich habe Schenko gefickt. Und dann können wir meinen Eierl riechen. Als letztes habe ich ihn direkt ins Gesicht gedrückt. Und dann mein Sucker zupfen. Habe ich direkt ins Gesicht gedrückt. Bringt mir auch nichts, wenn ein Team scheiße ist. Wenn ein Team scheiße ist, bringt mir das alles nichts. Ich will jetzt auf Wiedersehen. Und eine Zeit ist vorbei abgelaufen. Ich schicke schon wieder. Warum? Was machst du denn? Ein Verbündeter wurde getötet. Alter. Das ist ein Noob. Der geht. Der greift. Die gehen an. Bei einem genischen Turm. Aua! Aua! Ja. Scheiße. Ich habe den Herrn geholt. Das ist geil. Ich habe den Herrn geholt. Das ist geil. Wie schnell ist das? Wie schnell? Ich gehe hier. Hat eigentlich schon ein bisschen gebracht, da haben wir nichts getan, komm. 2.11. 3.11. 3.11. 3.11. 2.11. 3.12. 3.12. 3.15. 3.12. 3.15. 4.15. 5.15. Ein Gegner wird zum Berserker. Hingerichtet. Euer Turm wurde zerstört. Turmpanzerung wird bald durchbrochen. Ein Gegner wurde getötet. Ein Gegner wird zum Berserker. Ein Gegner wurde getötet. Niemand haben wir verloren. Das kann man schon sagen. Gute mal, ihr werdet es in den Türmen an. Guckt es euch an. Wann ich die hin? Du mutterst du? Du hast einen Gegner getötet. Was hat die gemacht? Die Dumme. Was hat die vorgehabt? Ein Gegner ist nicht aufzuhalten. Ich weiß nicht, was die vorgehabt hat. Ich weiß nicht, was die ihr Plan war. Oh nein, 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 Aufzuhalten! Mann! Ein Gegner verfällt im Blutrausch. Hau mir auf, Mini! Ein Verbündeter wurde getötet. Eure Turm wurde zerstört. Ne. Ich kann es nicht. Ich lasse ihn ein. Ich lasse ihn ein. Ein Gegner wird zum Berserker. Ein Gegner wurde getötet. Aha. Das hat... Ein Gegner wurde getötet. Ach. Ein Gegner, Dominions. Terminions. Ein Gegner ist nicht aufzuhalten. Hat er beide geleistet. Zumindest. Ein Gegner ist nicht aufzuhalten. Euer Turm wurde zerstört. Ein Gegner dominiert. Ein Gegner wurde getötet. Ein Gegner dominiert. Ein Gegner dominiert. Hör es rauf! Danke für Was ist das? Ein Gegner ist gottgleich. Ja, wir stehen. Kein Bock mehr. Die sind alle scheiße. Ein Gegner wurde getötet. Ja, ich bin der Erster. Ich hab drei Kills. Ich bin der Erster. Ich glaube zumindest. Voll lächerlich. Nur. Nur. Nur Leute da, die nichts können. Ist so. Nein, komm. Ein Gegner ist gottgleich. Sind wir schon da? Ja. Ich hab die größe Noobs gesehen. Also wirklich. Wie kann man so scheiße sein? Ja. Seid vorbei. Euer Turm wurde zerstört. Ich hab jetzt keinen Bock mehr. Bei mir ist es jetzt fertig. Ich mach jetzt gar nichts mehr. Ein Gegner ist legendär. Wegen der. Ein Gegner wurde getötet. Was ist der Problem? Ja, wir haben den Ball so. Ist mir jetzt scheiß egal. Heuer Turm wurde zerstört. Ist mir jetzt scheiße, ich will einfach nicht beistehen Blutrausch Meine Beißfreck ist mir scheißegal Ich zieh da aber nicht ein Ja Mach nicht Blutrausch Euer Inhibitor wurde zerstört Ein Verbündeter wurde getötet Du hast einen Gegner getötet Toll Ich kann mich da gerade nicht freuen drauf Ich kann mich da gerade nicht freuen drüber Tut mir voll voll leid Ich kann mich drüber einfach nicht freuen Es ist Ich kann es einfach nicht Ich kann mich drüber eigentlich gar nicht freuen Ich kann mich drüber gar nicht freuen Ich muss mir einen Tee machen Ich habe voll Handschmerzen Druckbeschwerden sogar Tee trinken unbedingt hoh only die tun nicht zu Ein Verbündeter wurde getötet. Die müssen einmal reinraschen und dann ist es vorbei. Ein Gegner wurde getötet. Die müssen einmal hier reinkommen richtig und dann ist es vorbei. Ja. Ein Verbündeter wurde getötet. Du wurdest getötet. Dein Team hat einen Turm zerstört. Ui, toll. Euer Enhibitor wird bald wieder aufgebaut sein. Es ist vorbei, es ist vorbei. Euer Turm wurde zerstört. So, das nicht vergessen. Kommentieren, teilen und abonnieren. Ein Gegner verfällt den Blutrausch. Ich bin zum nächsten Mal ein Schiss. Verloren. Ich bin zum nächsten Mal. Ich bin zum nächsten Mal. Ich bin zum nächsten Mal. Ich bin zum nächsten Mal.